Hallo liebe Freunde des PsychCasts, hallo liebe Freunde der Psychopharmakotherapie. Zunächst mal möchte ich euch auch im Namen von Alexander ein gutes neues Jahr wünschen. Bleibt gesund, bleibt interessiert und genießt das Jahr 2021 trotz allem, was uns da vor allem in den ersten Monaten sicher erwarten wird. Damit es immer auch genügend Input gibt, wollen wir weiterhin PsychCast-Sendungen produzieren und auch ein paar Videos. Und in diesem Video möchte ich einen Gedanken vermitteln, den ich oft im Kopf habe, der mich immer mal wieder bewegt. Das ist der Gedanke, dass unterschiedliche Patientengruppen in der Psychiatrie und in unserer Praxis sehr unterschiedliche Psychopharmakotherapie brauchen, vor allem eine sehr unterschiedliche Intensität. Also gerade stationär tätige Psychiater sind es ja gewohnt, auch schwerkranke Patienten zu behandeln. Und manchmal passiert es, dass Patienten, die nicht so schwer krank sind, die gleichen Überlegungen angewendet bekommen, welche Psychopharmakotherapie passend ist, wie bei den schwer kranken Patienten. Und da ist etwas unpassend. Dann kommt man zu einem schlechten Verhältnis aus Nutzen und Nebenwirkungen. Ich will das aber jetzt erstmal in ein Bild packen. Das Bild soll das bekannte Bild von den LKWs, den PKWs und dem Fahrrad sein. Das sind drei unterschiedliche Transportmittel, die sehr unterschiedliche Fähigkeiten haben. Man kann mit einem LKW sehr viel mehr Lasten transportieren als mit dem Fahrrad, die aber auch unterschiedliche Nachteile haben. Ein LKW ist nicht so wendig und ist, sagen wir mal, nebenwirkungsreicher als ein Fahrrad. Trotzdem ist nicht eines dieser Transportmittel schlechter als das andere. Es sind nur unterschiedliche Situationen, in denen man besser das eine oder das andere Transportmittel wählt. Nun, mit den Patientengruppen ist es nicht so, dass man da einfach drei Gruppen bilden könnte und das Bild würde gut passen. Das ist mehr ein Spektrum. Aber es gibt schon am einen Ende dieses Spektrums Patienten, die sehr schwer krank sind. Ich nenne die jetzt mal die typischen psychiatrischen Patienten. Das sind also Patienten mit einer akuten Schizophren-Episode, Patienten mit einer bipolaren Störung und einer Manie, Patienten mit einer sehr schweren Zwangsstörung oder einer tiefen endogen anmutenden Depression. Wir werden gleich dazu kommen, dass ich sagen werde, dass diese Patienten relativ viel Medikamente brauchen und auch das Verhältnis aus Risiken und Nutzen hier günstiger sein kann, wenn man viel gibt. Die zweite Gruppe nenne ich mal psychosomatische Patienten. Also Patienten mit sehr wohl vorhandenen psychiatrischen Diagnosen, beispielsweise einer mittelgradigen depressiven Episode, einer Angststörung von Bedeutung, einer Zwangsstörung, einer Somatoformstörung, die vielleicht etwas mildere Medikamente brauchen, vielleicht einmal ein Antidepressivum, aber nicht die volle Bandbreite an psychiatrischen Medikamenten. Und die dritte Gruppe will ich mal die Psychotherapie-Patienten nennen. Das sind also auch Patienten, die sich in Lebenskrisen oder eben in Krisen an uns wenden, die man aber nur sehr zurückhaltend mit Psychopharmakotherapie behandeln sollte. Also im Beispiel des LKWs, des PKWs und des Fahrrades haben wir jetzt mal die Gruppe der klassischen psychiatrischen Patienten mit dem LKW in Verbindung gebracht. Ein Patient mit einer akuten Manie beispielsweise, der braucht ein Phasenprophylaktikum, der braucht ein Antipsychotikum zum Beenden der Manie, der braucht beispielsweise auch ein Benzodiazepin-Schlafmittel, um überhaupt mal wieder runterzukommen. Und das alles in relativ hohen Dosierungen und möglicherweise sogar mit Nebenwirkungen belastet. Aber bei so einem Patienten ist es auch so, wenn die Manie abklingt, kann man beispielsweise die Benzodiazepin-Schlafmittel völlig problemlos absetzen, passiert gar nichts. Und der Patient wird keine Abhängigkeit davon entwickeln, er hat diese Medikamente in dieser Zeit gebraucht. Sie sind relativ wirkstark, aber man kommt auch wieder runter von diesen symptomatischen, sedierenden Medikamenten. Und die Phasenprophylaktische Medikation, möglicherweise auch das Neuroleptikum, sind eben erforderlich zur Behandlung dieser Krankheit. Das würde ich mal mit dem LKW in Verbindung setzen, also einer relativ schweren Behandlung, die aber eben auch notwendig ist. Und Psychiater sind es sehr gut gewohnt, solche Patienten zu behandeln und kennen deswegen das ganze Spektrum der Medikamente, das hier hilft, und wenden es auch erfolgreich an. Nun ist es so, dass in den letzten Jahren immer mehr auch psychosomatische Patienten, aber auch Patienten in Lebenskrisen, die ich jetzt in die Gruppe 3 mehr so psychotherapiebedürftige Patienten einsortieren würde, dass immer mehr von diesen Patienten auch in die Kliniken kommen und auch zum niedergelassenen Psychiater. Was gut ist, denn die Psychiatrie und Psychotherapie kann auch diesen Patienten sehr gut helfen. Aber es ist nicht gut, die gleichen medikamentösen Strategien anzuwenden. Nehmen wir mal die zweite Gruppe, die, die ich jetzt mal psychosomatische Patienten nennen würde. Man könnte auch sagen, mittelschwerkranke Patienten, also beispielsweise Patienten mit einer mittelgradigen depressiven Episode, mit einer Angststörung, mit einer Zwangsstörung oder sehr typisch auch mit einer somatoformen Störung. Hier sind Medikamente angezeigt, vor allem Serotonin-Wiederaufnahmehämmer, Antidepressiva können hier eine wichtige Rolle spielen und können deutlichen Nutzen bringen. Aber eine ganze Reihe von anderen Medikamenten sind es kaum. Also Antipsychotika braucht man sehr selten in dieser Patientengruppe und man sollte die auch nicht leichtfertig geben. Es gibt so eine Unsitte beispielsweise gegen Grübeln oder Einschlafstörungen, Quetziapin oder ein anderes niederpotentes Neuroleptikum zu geben. Ich halte davon nichts. In dieser Patientengruppe braucht man nicht die volle Bandbreite dieser Medikamente. Man braucht auch kein Phasenprophylaktikum gegen Stimmungsschwankungen, weil das nichts hilft. Das hilft nur bei der bipolaren Erkrankung was oder zur Augmentation bei unipolaren schweren affektiven Erkrankungen. Also man braucht in dieser zweiten Gruppe schon mal ein Antidepressivo. Man braucht auch vereinzelt mal kurzfristig niedrig dosiert andere Medikamente, aber man braucht schon viel weniger. Und die dritte Gruppe, die, die ich bezüglich der Behandlung mal mit dem Fahrrad in Verbindung bringen möchte, die Patienten, die vielleicht eher Psychotherapie brauchen, also Patienten in einer Lebenskrise, Patienten mit einer reaktiven, leichten, depressiven Episode, Patienten mit einer gewissen Angstsymptomatik, ohne dass die zu schwer wird. Das sind Patienten, da sollte man sich sehr genau überlegen, ob man überhaupt Psychopharmaka einsetzen muss. Also es spricht ja nichts dagegen, vielleicht bei einer Schlafstörung mal Baldrian einzusetzen oder ein anderes Mittel, das so in der Größenordnung Hausmittel, naturheilkundliche Mittel liegt. Das kann man natürlich mal einsetzen, aber man soll sehr zurückhaltend sein, hier Antipsychotika, Benzodiazepin-Schlafmittel oder all die anderen Sachen einzusetzen, die man in Gruppe 1 ohne jede Bedenken einsetzen sollte. Denn das Verhältnis aus Nutzen und möglichen Nebenwirkungen wird hier viel schlechter. Und auch Antidepressiva, die hier gerne eingesetzt werden, haben eigentlich keine Empfehlung der Leitlinie. Bei leichten, psychoreaktiven Depressionen soll man primär Psychotherapie einsetzen, nicht primär Antidepressiva. Daran halten sich nicht viele Psychiater, das muss man mal kritisch sagen, aber das ist hier eigentlich nicht indiziert. Nun, diese Überlegung war jetzt ein bisschen grob. Es gibt nicht drei Gruppen von Patienten, sondern es gibt unterschiedlich stark betroffene Patienten. Und trotzdem möchte ich das Bild mit dem Lkw, dem Pkw und dem Fahrrad in euren Köpfen ein bisschen verankern. Denn ich habe das Gefühl, dass Patienten und Patientinnen manchmal zu starke Psychopharmakotherapie erfahren. Und wenn man einen Patienten vor sich hat, dann soll man sich erst mal fragen, was braucht er eigentlich? Kann der spazieren gehen? Braucht er ein Fahrrad? Braucht er ein Pkw oder braucht er ein Lkw? Und erfreulicherweise hat man sehr viel mit Patienten zu tun, die von all diesen Transportmitteln nichts brauchen, die zu Fuß gehen können oder allenfalls mal Roller fahren oder Fahrrad fahren wollen. Und denen soll man dann auch kein Quetziapin gegen Grübeln, kein Neuroleptikum zur Verstärkung einer antidepressiven Therapie geben. Und selbst mit Antidepressiva soll man zurückhaltend sein. Das war dieser eine Gedanke. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Abonniert den Kanal, um weitere Gedanken dieser Art auch im nächsten Jahr zu verfolgen. Bleibt gesund, bleibt interessiert und bis zum nächsten Video. Tschüss!